Willkommen im Blog Barock. Hier ist das Bistro, die barocke Ecke, die modernere Ecke und unser Prachtexemplar, die Theke. Hier stecken einige Arbeiten. Hier ist der Filialverband für den Shop-Bereich und hier ist die Boulder Halle. Und hier ist der kleine, aber feine Außenbereich. Willkommen im Teufelskeller. Hier kann man schön außen abbiegen. Und das Herzstück der Halle, die 45er und der Training ist bereit. Musik 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik 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 2 2 2 3 4 4 4 5 5 2 4 5 6 Ja! Ja! Oh! Ja! 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 Jawoll! Mach mal deinen Lieblings-Boulder. Lieblings-Boulder? So, erstmal. Dann kriegt's hier warmer. Woah! So, man, we're in a middle-class warm? We're in a middle-class warm? Yeah, that's right. Yes! Gut. Gut? Ja, du musst. Ja, du musst. Jetzt bin ich warm. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los. Der Rote ist ganz lustig. Dann machen wir den Roten, oder? Den Roten. Jetzt geht's. Jetzt geht's richtig los. Bcamachen Du bist her. Es lan WHglas Du bist her. Lebhafter vier distanten Geg 있어요. Das ist ein schönes Trainingsbogel. Wie schwer ist das? Das ist ein 7 plus. Wie schwer? 7 plus 7 C. Das ist ein schönes Trainingsbogel. 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 Sauber, komm mal. Das Ding ist hart. Das Ding ist hart.